Am Donnerstag gingen die KV-Verhandlungen der Metaller in die achte Runde. Nun haben sie sich endlich geeinigt. Nach den Verhandlungsrunden steht ein Plus von 8,6%. Ursprünglich forderten die Gewerkschaften einen Zuwachs von 11,6%. Die nun erzielte Erhöhung soll sozial gestaffelt werden. Gelobt wurde das gute Verhandlungsklima nach Streiks in den vergangenen Tagen. Gefeilscht wurde traditionell in der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden. Nach den erfolgreichen Gesprächen mit der metalltechnischen Industrie stehen am Freitag noch weitere Lohnverhandlungen mit den anderen Sparten der Metallindustrie an. Zuletzt haben diese immer auf dem Niveau ihrer Kolleginnen und Kollegen der Metalltechnik abgeschlossen. Eine Einigung gab es am Donnerstag auch beim KV für die Bewachungsbranche. Die Mindestlöhne und Zulagen steigen um 9,2%. Die Nachzulage soll um 37% erhöht werden. In dem Gewerbe sind rund 15.000 Personen beschäftigt.